Wenn ständig jemand da ist, der mich aufhängt und der mir sagt, wie hoch ich klettern soll, wie soll ich denn dann rausfinden, wie hoch ich klettern kann? Und da merkt man plötzlich, dass das Leben eben auch gefährlich ist. Und dass das keinen Sinn hat, immer so zu tun, als könnte man seine Kinder vor allem beschützen. Es ist gefährlich und es muss wahrscheinlich auch ab und zu mal ernst werden, weil man sich sonst nicht anstrengt. Und wie soll sich denn ein Kind anstrengen, auf einem Klettergerüst wirklich dieses Vertrauen zu entwickeln, dass es sich da auf eine Weise bewegt, dass es nicht runterfällt, wenn unten so ein dicker Teppich liegt, dass selbst wenn es runterfiele, ihm gar nichts passieren kann. Dann strengt es sich halt nicht an.